Eine Taschenrohr. Ich kann mal genau gucken, wo die sein könnte. Nehmen wir die, bis eine andere auftaucht. Da ist der Skelettschlüssel. Eine leere Flasche. Ein Stock. Stahlpfeile. Wo ist die Stahlpfeile? Ein Korkenzieher. Und da oben ist der Korkenzieher. Ein Messer und Stahlpfeile. Da ist das Klappmesser. Hallo. Nein. Wo könnten die beiden Sachen jetzt noch sein? Zählen Notizen. Die brauchen wir ja nicht. Nichts. Gut. czę... TÜDÜ 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 Nein! Mal einen Tipp. Das war die Stahlpfeile. Ach ja, ach ja, das ist echt quasi leicht. Da oben ist das Messer. Eins, zwei, drei, 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 drei... Das Mientrette in der Pflege werde ich sehen. Und jetzt hier ist jetzt Dørnberger Kodex, der Einsatz von Menschen bei medizinischen Experimenten ist ausdrücklich untersagt. Keine Forschung. Wenn man versucht, einen Patienten zu verheilen, ist alles erlaubt. Orchard. Experimente? Und dieser Typ ist in Freiheit? Hoffentlich fällt Ihnen niemand in die Hände. Ja, wo geht's jetzt hin? Natürlich müssen wir jetzt im Büro weiter machen. Mal sehen. Ein Persermatt. Da. So offensichtlich. Schau mal. Die Gabel ist auch offensichtlich. Der Stahlbecher. Wo war der nochmal? Ne, das war ein Pokal. Ja. Da war eine Glocke. Erste Hilfe Kasten. Wo war der? Da oben ist der Stahlbecher. die Wanduhr. Ey, manche Sachen sind echt offensichtlich. Maus. Schere. Da ist der erste Hilfe Kasten und die Flasche. Nein, das war sie nicht. Wo war die Flasche? Da. Klemmbrett. Wo war das Klemmbrett? Nein. Nein. Fünf Minuten. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. So. Tim Halsche. Bipolare. Wahnhafte Störung. Subjekt fing früh an, Anzeichen von Wahnforschriften zu zeigen. Der Patient ist auf medizinische Experimente fixiert. Das hochintelligente Subjekt schafft es bis zur medizinischen Hochschule. Wurde jedoch wegen etwas verwiesen, dass in den Hochschulabend nur als abnormer Umgangsform und Praktik beschrieben wurde. Patient ist mit größter Vorsicht zu behandeln. Ah ja. Die Wachen haben mir mitgeteilt, dass sie glauben, Ausstattung in der Ärztezimmer gesehen zu haben. Wir sollten dort hin und zurückgehen. Ist gut da drin. Wir sollten ein paar Sachen mitnehmen, bevor wir uns auf die Suche nach ihm machen. Eine Glühlampe. Okay. Nein. Ey, es sind so viele Lampen. Okay. Jetzt gucke ich jetzt mal nach dem Mond. Der ist hier umsächlich da. Komm, ich pass mir gleich mal mit dem Bluestrauß. Hui, der wird sich freuen. Eine Spinnung ist da oben. Ein Magazin. Och, ich will dann auch mal lesen. Eine Kerze. Wo haben wir die? Da. Ein Stückchen. Das ist ja der Mieser. Ja, zu offensichtlich. Nein, das ist er nicht. Das ist der Labormantel. Das ist der Labormantel. Eine Glühlampe. Nein. 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 Ey, so viele offensichtliche Lampen. Keine davon ist es. Ey. Glühbirne. Eine Glühbirne. Eine Glühbirne. Nicht eine Glühlampe. Ey. Ey. Da packt man sich manchmal in den Kopf. Stock. Wo ist der Stock? Da. Ey. Hallo? Ach so. So. Jetzt. 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 Packung die Zigarbeiter. Der würde nach hier. Was da? Was da? Papapapapapapa. Das ist hier. So, und jetzt brauchen wir noch ein paar Streifortschachtel, die in der Zier.